Natürlich ist die Alm unser Arbeitsplatz und wo die Tage auch aufgelangen und anstrengend sein können. Aber genau der Platz, das ist unser Daheim. Grüß euch, ich bin der Christian von Eppzölt-Alm und genau dieses Platz möchte ich euch jetzt zeigen. Unsere Eppzölt-Alm liegt auf 1459 Metern im Karwendl am Talschluss vom Eppzöltal. Unsere Alm ist umgeben von der Erdspitz, der Kohlerspitz und der Freihungsturme. Die meisten unserer Gäste sind Wanderer, weil man von Gersenbach zu ihnen sein hat ca. 2 Stunden leicht hineinkommen. Wir sind aber auch ein guter Ausgangspunkt von vielen Bergtouren, wie z.B. auf die Erdspitz, die Kohlerspitz oder die Freihungsturme. Man kann aber über die Eppzöller Scharten zum Sollsteinhaus gelangen oder über den Ursprungssattel zur nördlichen Hütte. Unsere Speisekarte ist klein aber fein. Da ist für jeden was dabei, wie z.B. ein Jausenbettel, Speckknädel, Krasknädel oder einen selber gemachten Apfelstrudel. Eigentlich alles, was das Wanderer hat, begehrt. Unser Hochplaton macht aus, dass es sehr vielseitig ist. Es gibt ein Riesenangebot an Freizeitmöglichkeiten, aber genau da in der Natur findet man die Ruhe, die man braucht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020